Als Vater von drei Sprösslingen ist Prinz William Kindertrubel gewohnt. Der neunjährige Prinz George, die achtjährige Prinzessin Charlotte und der fünfjährige Prinz Louis, das Nesthäkchen, halten ihn und Mama Kate ganz schön auf Trab. Und dennoch, auf die begeisterte Kinderschau, die ihn am 29. Juni 2023 in Norwich erwartet, ist der Thronfolger nicht vorbereitet. William besucht die Royal Norfolk Show, wo er einen Rundgang macht und jungen Rinderlandwirten Preise überreicht. Bei seiner Ankunft findet er sich umringt von einer Schar Schulkinder, die begeistert seinen Namen rufen, einen High Five mit ihm austauschen und den Royal berühren wollen. William, William, William schreien die Kids im Chor. In einer Lautstärke, die der 41-Jährige selbst von seinen eigenen Kindern nicht gewohnt zu sein scheint. Denn er sagt zu den Kleinen, Ihr seid die stimmgewaltigsten Kinder, die ich je getroffen habe, einschließlich meiner eigenen. Was für ein niedlicher Auftritt. Von dieser überschwänglichen Kinderbegeisterung wird der Prinz sicher sofort seiner Familie erzählen, wenn er wieder zu Hause ist.